Tracking-Team, so ein Quatsch. Na gut, du sagst mir welchen Scham, also okay, du sagst mir welchen Scham ich brauche. Ja, ja, das machen wir gleich, machen wir gleich. Jetzt müssen wir erst mal gewinnen. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so oft Seraphine gespielt, es wird ein bisschen... Mir wurde gerade geschrieben, first time Seraphine of Two Stone. Ja, nee. Wer hat es geschrieben? Ja, warte. Ob es das eigentlich mit Zyra Jungle... Nein, 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 ich teste die gerade nur, ich teste die nur an. Ich teste die nur an, macht ihr keinen Stress, wirklich. Ich werde auch bestimmt, der ist so bei meinem Raptors Level 1, das weiß ich schon. Jetzt mal nicht ablenken, wer war die Snitch? Ich darf meine Quellen leider nicht nach außen tragen. Chat, das geht nicht ab, irgendwie, der Stift, weiß ich nicht. Wie ist das, was du jetzt auf der Borderline bekommst? Hallo, wir sind ein Team. Das ist auch respektlos, ne? Das ist die aggressivste Seraphine, die ich die komplette Season übergesehen habe. Also nicht anders. Was ich das mitnehmen soll. Nee, das ist vollkommen okay. Ich meine ja, in Solo kriege ich immer Guardian plus Ziel. Da bin ich so glücklich mit. Wir machen das. Ich habe gehört, Small, der ist ein Early-Game-Champion. Wir gehen da rein. Ich bin tatsächlich sehr stark, ja. Aber ich bin auch glücklich, wenn ich einfach farben darf. Ich, vor jedem official game. True, same. Ja, hier, bock sie mal um. Tja, ich brauche ein bisschen. Ich bin gerade dabei, die Fähigkeiten durchzulegen. Oh Gott, oh Gott. Aua. Ich freue mich schon, wenn Elysses genervt werden. Nee, ist gut so gerade. Weil dann picken mehr Leute Elysses hier und dann one-shot ich die trotzdem. Stongs. Oha. Bleib dran, bleib dran. Ja, ja. Ich habe noch Barrier. Ah, ich fight einfach weiter. Komm, scheiß drauf. Was ist auch schon schief gehen. Ich bin gleich da mit meinem Vogel. Oh, strong, strong, strong. Ich denke, oh, ehre. Na, ich leide, Seraphine. Let's go. Ja, nimm mal ruhig, sie ist hier. Ich kriege das auch nicht hin. Oh, okay. Du sprichst ja noch, oder? Was macht's ja natürlich, ich komme. Nice. Danke dir. Ich würde ja noch ein Crew geben, wenn ich mit meinen. Oh, ist auch kurz. Jetzt wird's auf Kram gepusht. Oh. Oh Gott. Kommt sie schon. Ja, ich muss weg hier. Dankeschön. Das krieg ich auch noch irgendwie rein, wahrscheinlich. Okay, krieg ich auch noch nice. Ähm. So, ich find den Kram raus, hoffentlich nicht hier. Ach doch, hier. Optimal. Perfekt. Der spielt die Gnite, ja. Komm, wir. Ich bin der mit TP. Boah, ist der aggressiv. Oh, bin ich tot. Habe ich nicht gemacht. Wow, macht der viel, okay. Aber den Gnite hab ich auch gar nicht gecheckt. Ich habe jetzt eher den Damage unterscheid, aber nein. Okay. Oh, sorry. Das war ein bisschen zu früh. Na, voll in Ordnung. Bedeutet, der Sponsor ist echt hier. Ich werde ihn so Loki matchen. Ich brauche noch ein bisschen. Mhm. Ja, wir machen hier einen ruhigen. Ja, wenn du möchtest. Ich bin immer für Fights ready, aber. Na sicher. Der macht gerade Krabbel, ne? Der macht die Krabbel, ja. Ich laufe auf den Ruf. Okay. Oh, den holen wir uns. Strong. Oh, haben wir der Match? Oh, nein. Keines ist. Ein Dreißiger. Karte muss runter, ich kann dich nachrufen. Bis hier. Okay, du musst jetzt den Text weitermachen. Mhm. Was hat Seraphil bitte für eine Range? Also. The fuck. Oh mein Gott. Die Q hat getroffen. Ich bin Level 6. Und ich schluck mich mal an Richtung Bot den Wagen. Äh, Summoners? Nix. Sag ich einfach mal. Ah, der klassische Butler noch. Ach so, du bist da. Morgen. Hallihallo. Der wird topstärkern, ich nehm wirklich. Machen wir die Diven sonst? Machen wir auch zu zweit einfach scheiß drauf. Ach ja, komm. Kriegen wir das hin, glaubst du? Hast du Ignite? Ja, okay. War da noch? Okay, ja, gut. Ja. Mega. Ja, der ist hier. Kollege. Das ist ja ein bisschen zu smooth, muss ich sagen. Ja. Jetzt haben wir einen guten Jungler, jetzt läuft's. Wer war der prolle Jungler? Ich. Oh. Ähm. Hallo? Ist du Porta? Ja, ich hab dich alleine gelassen. Das ist ja auch schon wieder verrückt. Hallo? Der hilft dir hier. Der hat gleich wieder E. Ich bin in Gefahr. Danke. Der ist nicht auf den... Also eigentlich müsste er wirklich mit dem, glaub ich, gleich durchsagen. Oh mein Gott, ich hab mein Beiß gecancelt. Oh, ich verfolge mich selbst. Naja, dann geh... Oh. Abfahrt, abholen. Übergriff. Oh Gott. Riesgekenn. Oh Gott, da ist ein Kane hier. Oh, ich hab Angst. Ein Ding hier? Das ist respektlos. Aber ich hab halt auch in deinen Couch reinlaufen sollen. Mabble it. Hat doch Couch oder Towerplatz hin sollen. Ich fahr'n wieder zu dir und guck'n, was Botlin so tut. Klasse. Ich fress' jede Q währenddessen. Ja, ich seh' uns da. Ja, weiter rauf. Oh. Äh, Kane hat er in, äh, Camps überlaupte sich, glaub der hat 6 Camps abwechschlägt. Oh. Okay, ich bleib drin. Ja. Oh, nein. Wetter Jungle. Hat keine Ulti. Oh, der hat jetzt in Form. Oh Gott. Aber ich hab Kill noch bekommen. Loll. Oh Gott. Ja. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach nochmal, oder? Ich glaube, der kann hoch. Ich habe richtig Bock. Willst du auf der Wave schon, oder? Ja, ja. Boah, ich gebe mir Mühe. Hast du schon einen Rotzer, einen Rotzer? Du hast ihn noch. Ja. Oh, du hast Akro. Jupp. Easy. Nice. Ah, perfekt. Bitte miss. Jo. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Easy. Ich wäre auch keinem tot gewesen. Wer hatte mich irgendwie so? Ist wieder ein Creeper bei dir auf der Farbe? Oder was? Ja, aber nicht wegen mir. Und ich muss gerade jemanden scolden dafür. Oder was? Was muss? Was? Scolden? Wie nennt man das? So rechtweisen? Ja, ja. In die Schrankmeisen? Ja. In die Schrankmeisen? Ist das der englische Begriff? Oder ist das so ein Begriff? Ey, genau das gleiche wollte ich auch fragen. Ist ein englischer Begriff. Scolden, ja. To scold somebody. Krass. Warte, aber was? Weißt du jetzt in Minecraft? Was hab ich verpasst? Achso, ich bin nehmbar auf meiner Minecraft Farmer. Einfach geil. Warte. Das ist kein Cap. Das ist kein... Okay, achso. Du kriegst Top-Lane-Besuch von drei Leuten. Ja. Dann nimmst du die Farm und dann. Ja, ja, ja. Einfach abrotten. Fade. Hätte ich gern gehabt. Oh, ein bisschen Gold. Oh, wait. Ich komm, eh. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, bitte. Oh, Gott. Hätte ich früher holten sollen. Nee, easy. Ich dachte auch nicht, dass die E-Range ist. War der auch schon mit? Ja, ne? Ja, ne. Der war, der war noch nicht mit. Hallo? Glaub ich gerade. Aber der war schon über. Na, wie machst du? Wie viel Stacks hast du? Wie ist das Scaling so? Ähm. Ich glaub, ich... Gar nicht so viele Stacks. Aber... Jetzt werd ich viele bekommen. Ja. Schatz, das mein ich. Oh, du lebst. Du lebst. Oh, der D-Ulti. Achtung, weiter nachher, nachher, nachher. Ja, ja. Ich will eigentlich gern ein bisschen baiten. Ich glaub... Ja. Ich bin noch so low-key around. Da ist ein bisschen schwer. Na, aber wenn du around bist, dann können wir... So low-key, ja. Der Kane geht auf jeden Fall Richtung Top-Send. Dankeschön. Wunderschöne Kombo. Ich komm mit. Mal schauen, was hier geht, ne? Oh, ich klinge da einfach. Hätt Ulti, Achtung. Oh, äh... Mhm. Ich hab noch einen Crew. Ich komm nur... Hörne, nein. Ich hab gleich eh. Stark! Okay, nice, ich hätte die Gruppys nicht mehr. dafür wunderbar ich komme ich habe keine schöne anlass haben wir nicht noch ein bisschen pokin ich glaube ich habe nicht einfach unterrichtung weg also board lane wird er hier ordentlich demoliert das gut aber er kann direkt runterländer ich bin zu diensten ja also ich glaube kein ist aber hast dich gut angeboten so was ich so wurde ich es nicht so das passt ich nehme ein verein fürs team ist er ja oder der tötet mich gleich eins und beiden wir werden sehen ich hoffe er tötet dich oder tötet dich jetzt noch das wäre natürlich ultra kacke ja nee das wird auf jeden fall nicht passieren bin tot tatsächlich hat namen nicht getötet ein glück hatte wenig snore potenzial deswegen okay und wir haben viele chance die sonne das passt okay wenn ich für top kommen wenn es passt super bin auf dem weg ich dachte ich werde es einfach top laner dann was mit bottom ich habe keinen gefunden ja da könnte ich bin da auf jeden fall und der freund ja vielleicht von den katharina ist tot hier hat keine old okay so kenne ich meine mama ja der hat mich auch sehr beautiful das kind ist echt cool ja und sie war auch ganz okay aus flaschen sollen das was ich kann deutschen manche was ich glaube ich geht das hier drauf ja nur stark ja ich wollte es einfach nur machen damit ob es nicht richtig lag ich stude ich bin das gewohnt also falls du das also ich habe noch nie recht gehabt so ich habe noch nie recht gehabt so deswegen sage ich jetzt ich krieg den herrl ist auch nicht scheiße ja leider hat man mit was auch hellen ein das ist nicht raus und ich bin tot der glaube ich und die range oder ist das opr so kommen kommen ich denke ich denke ich denke ich glaube ich baue das mit der mein kopf haben jetzt noch mal ganz kurz also ich kenne dich nicht nicht ich habe mich ich habe ich bin sehr für minecraft minecraft aber mittlerweile nicht mehr so viel aber so die letzten drei jahre eigentlich oder vier habe ich so ein projekt und nebenbei stich an der farm und damit die kürbisse wachsen und mit jedem kürbissen nicht ab bekomme ich vier level ach das ist es ist das wo minecraft wo tremex hier in heute reingefallen ist nämlich 100.000 13.000 das ist ja ja das ok ok check 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 keine rote mitte den hat das dann hat das richtig drin gehalten mit dem mein kürbissen ja da ist natürlich muss ich muss ja da muss man nachfragen ja klar verstehe ich weiß ich komme ich konteste den mit meinem lieben ich komme liebe tanya ja oh er ist schon weg ich hab den so vernichtet gerade ne das war krass wo ist er hin bin da bin da bin da bin da alles easy haben wir oh lass mich sterben nein tut mir leid siebenhörig komm boah schmeckt kauf ich mir was schönes von was für ein was für ein du bist auf meiner video gespawnt gestern auf twitter was für ein video format nimmst du denn ein ding auf ja das ist jetzt natürlich das problem da fragst du mich was was ich einfach gar nicht sagen darf es ist es ist nicht ganz kurz das protokoll ne ist nicht nicht aber wenn du möchtest können wir das machen ihr eltinder mit league of legends spieler mein chat macht da mit und dann meinen sie so das welche lane weinst du mit lan oh ne dich nicht ich möchte also hier gibt es irgendwas was man da anziehen soll also klamotten wäre schon mal am anfang ja 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 aber also ist da irgendwie eine freundliche aktivität was ist das außer du willst nach rechts geswipet werden dann vielleicht nichts lieber nein das ist nicht wirklich geil äh nein aber das 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 also so eine ähnliche idee habe ich tatsächlich auch noch die verwirklichen möchte aber nicht nicht das man steht in league of legends voreinander mit den skins und da muss man nach links und rechts ja wer aufschlagen ne tanja kannst du ganz normal dich dressen da kommen tp hilfe da kommen tp ich bin tot und ich bin raus habe ich auch auch kann ja auch ich gehe so da also naja hab da nicht viel nachgedacht das ist wohl jetzt nicht so gut gelaufen kevin mal rein ist nur ne katharina ist nicht so schlimm ich bin nicht die große drache der große drache noch hm wo soll ich rein tp überhaupt junger sag mal das seht ihr euch mal die pinks an setze mich an die two heads ja alle bringen mein tp und kein wort so also da war ne wave ne ja ich wäre ja für ein bisschen naß und also nicht aber ja haben wir ja noch denn mein kracht der wache ist der krassen mein lieber eine menge tatsächlich glaube ich na 10 mal 200 wir schon 2 ok und du tanja also bestimmt ist hier nicht oder habe ich eigentlich nicht vor 9 oder cloud den wenn er meinen web auf cloud auch ein problem miteinander gab das ist eine sache gibt mir xp die andere hat mich ok ok au achtung facts da wir haben dich wir haben dich wir haben alle deine rücken Wir haben das ja ihres Weiberunion Wir haben das Ja ja Oder ja oh mein boll doch 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 und yok Ich hab das. Der hat alle Cues getroffen tatsächlich, der ist sehr gut. Na, Kevin, tipee, ne? Geil. Einfach mal ein bisschen Toplane-Flame. Du gehst über zu Tanja in die Cam. Was passiert denn jetzt? Jetzt geht die aufs Äußere, ne? Die Alkoholikerin hat schon wieder ein Bier in der Hand. Das ist verrückt. Die Allegations wirst du nicht mehr überwinden. Das geht nicht, by the way. Ja, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt. Hast du wirklich ein Bierchen gerade offen? Ja, schon. Das ist verrückt. Ist ja auch ein entspannter Freitagabend. Dienstag. Das hat sich gerade auch ein Dosenbier angehört. Äh, hallo? Nein! Hallo doch kein... Ich hab... Nee, komm. So eine Pennergranate. So ein schönes... Abends Liegzocken da zum Dosenbier wär verrückt. Fühlst du mich dafür judgen? Ja. Eine Pennergranate? Ja, das wär schon... Also das wär schon ein bisschen lieber. Wirklich, wenn da Pennergranate in der Hand ne Runde nicht zocken. Das wär verrückt. Fühl, du hast es. Fühl, du hast es, oder? Ja, 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 ich mach... Ich hab kein... Ich hab kein Wort. Let's go, Mami. Glaub er hat kein Flash. Wut, 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 wut. Okay, weiter, weiter. Sag mal, trinkt keiner von euch Alkohol? Oder warum die Schäme? Ja, nicht am... Nicht am Dienstagabend. Nicht am Dienstagabend zufälligerweise. Ich trinke kein Alkohol tatsächlich. Okay. Also nie. Wer ist denn beim Primly-Finale? So, Fühl und Tanja weiß ich. Die restlichen beiden? Ich nicht. Wo ist das? In Neu-Ulm. Neu-Ulm, Neu-Ulm, Fühl. Ist das ein Unterschied tatsächlich? Ja, natürlich. Ulm ist in Baden-Württemberg und Ulm ist in Bayern. Nimmst. Claim wir nicht. In Bayern, also wenn ich nach Bayern runterfahre. So, nimmst. Nach Baden-Württemberg wär ja noch okay, ne? Weiß ich nicht. Ich wohne tatsächlich in Bayern. Oh. Das ist schade. Oh mein Gott, das wär so krass gewesen. Dann ne, ich komm. Rare Weiger Outplay wär das gewesen. Rare Weiger Outplay, stark. So Leute, mein Essen ist angekommen. Lass mal hier finishen. Wobei, eigentlich kann ich nur nebenbei. Also es ist nicht so leicht, ne? Also es ist tatsächlich nicht so leicht. Tja, das ist komplett free. Ach so. Vor allen Dingen, wir haben jetzt ja schon zwei Infinite Stacking Jams. Also wir haben gewonnen quasi. Und du gibst jetzt ja ganz sicher nicht den Drachen ab. Oh, gar keinen Fall. Ich hab dir viel für Drake. Oh, oh. Der ist schon da. Mhm. True sogar drei mit Shyvana. Ja, das ist der Drache, Leute, ne? Den wollen wir haben. Ja, ja. Na gut, dann lass mal. Okay. Na gut. Na gut. Na gut. Ich komme. Ich komme. Ich renne. Ja, ja. Wir sind auch alle unterwegs tatsächlich. Das ist respektlos. Den ersten haben wir. Weiter, weiter, weiter. Oh, die Ulti ist nicht zurückgeboren. Das ist schade. Sind die noch da? Ja. Ja. Ich bin raus. Ich nicht. Ich bin drin. Oh. Ja, Team weiter, weiter, ne? Weiter, weiter, weiter. Ja, vielleicht auch nicht. Aber wir können pushen. Ich weiß nicht, als sie gehört hat, dass sie gesagt hat. Sie hat Sprit getankt, oder? Das ist... Das ist... Aber wo... Wie hast du es gehört, dass sie... Dass sie trinkt? Hast du... Hast du das Bierchen gehört? Na, sie hat gesagt, sie hat Sprit getankt. Oh, okay. Well, echt? Ja, weil ich gelaufen... Danke. Ähm... Was gibt's denn, wo du das zu essen hast? Ähm... Ein Bier. Flüssig. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Ne, das ist ein Salat. Das steht hier neben mir. Kleinen kannst du haben, aber den großen kriegst du ja nicht, okay? Okay. Naja, Schnitzel und noch ein... Oh, warte mal. Das ist doch so scheiße. Aber ich glaube, das haben wir noch tatsächlich. Oh nein, so nicht. Ich hab Barrier, ich hab Barrier. Oh. Warte, der wird... Der wird... Der wird... Oh, ab nach Narnia. Oh. Es ist huge. Achtung von links. Ah. Tut mir leid, ich musste stärker werden. Lass Neschke, lass Neschke, lass Neschke, lass Neschke. Okay. Bis jetzt war jeder Nesch eine absolute Vollkatastrophe. Ne, jetzt bin ich hier. Ich bin eher verwundert, dass er aus der Ulti rausgekommen ist, aber dann durch den Vegas Cache nicht gestunt wurde. Ne, ne, ne. Ich hab nix mehr. Ich hab glaub euer Schild noch. Vielleicht nen sehr lustigen Knopf. Grundgültiger. Schade. Ähm... Weil geht dann Nesch dann auch jetzt schief, oder? Hm, hm. Wir haben TP. Ach so, du siehst den einfach. Hey, wir haben währenddessen Top Tower bekommen. Wir haben Progress gemacht. Ja, sehr gut. So, ich check mal ganz kurz. Die RP hat jetzt bei der Katharina 0. Okay, dann kann sie mich eigentlich nicht killen, ne? Ah, okay. Hm. Das ist komisch. Hat aber echt... Also, naja. Nice try. Ich muss kurz meinen Heyday-Clown managen. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Spielst du jetzt Heyday-Minecraft und League, oder was? Das ist wirklich... Das kann... Das kann's nicht sein, glaub ich. Ich sag's wie süß, du spielst Hey... Du kannst mich nicht dafür judgen, dass ich Dienstag ab mit Bier spiele, wenn du Heyday spielst. Wie sie noch im Nachhinein. Aber ich spiele nicht nur Heyday, ich muss meinen Clan managen. Das ist noch viel krasser. Gerade ist das Derby, das ist so wie Clan-Spiele. Das ist wie Clash. Okay. What? Okay. Heyday tatsächlich underrated. Also, ich spiel's nicht, aber... Das war früher schon sehr krass. Ich glaub, du lügst. Mit früher krass, oder ich spiel's nicht? Mit früher krass. Mit früher krass. Das war das mit diesen... Bankrollbäumen mit den Clown-Massen, oder nicht? Was? Oh, du bist bei Payday, Bruder. Wir sind bei Heyday, das ist ein eigener Bauernhof. Oh, ganz andere Richtung. Alarm? Ja, das ist echt Alarm gerade. Egal, wir stacken noch. Ich glaub, vielleicht. Äh, der Drake in 40... Das wär nicht so gut. Ja, der ist, der wird wichtig. Ach, ein Bauernhof-Spiel fürs Handy. Ja, aber Heyday. Wait, wie kannst du Heyday nicht kennen? Das ist verrückt. Ich hab verstanden, Payday. Aber Payday ist auch krass. Payday the Haste, megageil. Ist das wirklich ein Spiel? Ja, das ist der... Das ist das mit den Clowns-Masken. Das ist das mit den Clowns-Masken, ja. Das ist tatsächlich... Nicht weiter, muss ich sagen. Da hat man dann Clowns-Masken auch, oder was? Ja, und man raubt ne Bank aus. Ja, und man raubt ne Bank aus. Echt nicht? Da hast du ja nicht geguckt, oder? Im Dark Might? Nee. Oh. Oh. Na gut. Raid Muffle. Ja, ja, klar. Oh. Ich hab die Vermutung, wie der Drake hier ausgehen wird. Da ist er drin. Ich hab guten Poke, ne? Ich hab guten Poke, ne? Also wenn wir hier... Oh mein Gott, der hat... Ja, ich glaub, die wollen nicht, dass wir die poken. Naja, doch, doch, doch. Ist entspannt, ist entspannt. Oh, bitte Katharina, Leute, Katharina, Katharina. Habt ihr schon geultet? Haben wir Drake, haben wir Drake? Äh, ja. Ja, ja, haben wir. Ja, ja, gleich haben wir den. Okay. Alles gut, Leute, dann. Halte ich Mitte. Was ist da bei euch passiert? Wer hat euch zerrippt? Katharina. 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 Ich liebe diesen Bild sehr einfach. Geil. Die hat nicht so viel AP-Items, das ist komisch. Ich kaufe Anti-Heal, alles easy. Katharina ist doch der Champion, der Liquid alles bauen kann. Ja, ja. Das ist kack. Scheißegal. Oder gibt's noch einen Champion, Kaiser, gell? Kaiser und Cutter. Ja, Cutter noch krasser. Also die kauft auf Sunfire First und tötet dich trotzdem. Guck mal. Oh, aber jetzt endet sie, oder? Aber ja, aber jetzt... Ja, also... Das war knapp. Das war eine ganz knappe Kiste. Ja. Schade. Na gut, sie scalen ja noch mal, also das ist okay. Ich sehe die vierstelligen bei Vega jetzt gerade. Dann habe ich schon mal sehr viel Hoffnung tatsächlich. Äh, gleich... Vielleicht bin ich soweit. Okay, wie gewinnen wir das? Wir haben eine Menge Hard CC, right? Gegen die Katharina. Ich halte einfach mal meine Ultimate Cutter, I guess. Was? Aber ich meine, da hat er Channel Time, ne? Ja, ich glaube, du bist tatsächlich tot, bevor die rauskommt. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz schön auf Zeit hin, oder? Wenn ihr hier... Bevor die hier gucken... Oh. Die sind aber auch schlau. Aber tatsächlich, wenn ich nicht troll... Ich glaube, die Gegner können nicht finishen. Also... Sie haben keinen Nash, stimmt. Aber irgendwie mache ich... Also ich habe das Gefühl... Oh mein Gott. Ich bin eigentlich... Ich habe von Katharina 1 bis 1400 Remage bekommen. Gerade. Von meinem Tod. Das ist für euch... Ich 900 in 1,4 Sekunden. Ich habe 700 bekommen. Habe ich mehr bekommen als du? Das wäre jetzt hängt als ich. Tja. Voll länger. Ähm... Ich würde sagen, wir haben einfach den nächsten Bann. Jetzt haben wir schon mal Garen auf der Liste. Katharina? Langsam füllt sich die Liste. Äh... Zack ist auch immer stark. Ich weiß nicht, ob das hier schon vertreten ist. Aber Zack ist auch immer sehr, sehr stark. Also hier gibt es einige OTPs. Okay, okay, okay. Im Flex, oder was? Die Ficknuggets. Was? Spießt du so viel Flex, oder was? Äh... Occasionally. Wir können das noch gewinnen, Leute. Ja, ja, ja. Mit der Kraft der Freundschaft. Ähm... Boah, die Katharina macht aber echt viel AP-Damage gerade. Also ihr dürft halt nicht sterben dafür, Leute. Ja, mein Ulti kommt durch. Du kannst hier gleich clean. Ah, okay. Ich habe tatsächlich noch eine Geheimwaffe für nächstes Game. Deswegen macht ihr da Garten. Er macht auch ein Bier auf. Oh ne. Jeder gleich. Ich trinke tatsächlich auch keinen Alkohol, aber... Die Waffe... Die Geheimwaffe ist ein Sixpack. Hahaha. Okay. Okay. Er...